Ich bin Tala und ich bin Bilal und zusammen sind wir die Kenners-Polizei. Wir sorgen für Recht und für Ordnung. Wir sind ohne Gnade. Machst du einen Fehler, landest du direkt hinter Gitter. Die normale Polizei kann Schuhe putzen. Wenn wir auf Streife gehen, herrschen unsere Gesetze. So Bruder, fertig. Bruder, was hast du gemacht? Wie Bruder, was ist denn los? Bruder, ich habe gesagt, seit null. Was hast du gemacht? Das vier oder fünf? Sieht doch gut aus, Bruder. Was ist dein Problem? Bruder, was für gut aussehen. Ich sehe aus wie davor. Als wäre ich gar nicht Friseur. Ich war null. Kennst du die Zahl null? Guck mal, wie ich auch sehe. Augen 20 stand 30 Euro. Bruder, wir machen keine Probleme. Sieht doch gut aus, Bruder. Ich brauche gleich mein nächster Kunde. Ich kann jetzt nicht wieder alles neu machen. Komm morgen. Wie morgen? Schneidest du jetzt nicht? Nein, Bruder, morgen. Warte, du machst jetzt nicht neu? Morgen, ich kann jetzt kämpfen. Ich rufe Polizei, klären mit denen. Bruder, was für Polizei, Bruder? Schadier mein Brott hier. Können wir das nicht anders klären, Bruder? Nein, nein, ich rufe klären mit denen. Salam, wir wurden gerufen. Was ist das Problem hier? Ja, ich habe euch gerufen. Wen ihr hier? Ich habe nicht gefragt, wer uns gerufen hat. Wallah, was? Ich habe gefragt, was das Problem hier ist. Ja, ist doch okay. Guck mal meinen Seiten an. Ich will ihn anzeigen, weil er nicht null geschnitten hat. Guck mal. Sieht aus wie davor. Oh, ich verstehe. Wallah, das ist ein ernstes Thema gerade. Es ist kein Kindergarten hier. Ja, Wallah. Hast du gleich Messstab? Wir müssen das überprüfen. Klar. Ja, komm. Entferne dich, Alter, bitte vom Tator. Yallah, yallah. Ja, ich will sein, ja. Ich sehe doch schon von mir, dass nicht Seiten auf null sind. Wallah, das kann richtig scheiße gleich für dich enden. Bruder, ich habe schlecht geschlafen. Bruder, ich habe Kinder. Schleif mal jetzt nicht. Na schön. Wie viele Seiten sind auf fünf? Wallah, wie hast du geschnitten? Was hast du gemacht, Alter? Ich habe wahrscheinlich schon Angst gerufen. Schleif. Bruder, bitte. Ich habe schlecht geschlafen. Bitte. Ich mache morgen wieder gut. Sofort an die Wand. Sofort an die Wand. Sie haben das Recht zu schweigen. Keine Ahnung. Schweig einfach. Bruder, war nicht mit Ansicht, bitte. Ist mir egal. Fünf Zentimeter sind fünf Jahre alt. Ja. Sofort an die Wand. Komm. Warte. Was hast du gemacht? Ich helde dich, ja? Bruder, verzeih mich. Was finden wir überhaupt? Niemals verzeih ich, als du mich angelegt hast. Raus hier. Raus. Ich will meinen Anwalt anrufen. Sei mal leise. Sei leise. Mach los, was du. Abo. Sie hat mich angeguckt. Abo. Abo, sie hat mich nochmal angeguckt. Schätze. Abo, sie hat mich nochmal angeguckt. Schon das dritte Mal. Ich glaube, sie will was von mir. Hi. Kann ich deine Nummer haben? Nee. Junge, ich wollte einfach nur nett sein. Warum guckst du mich dann die ganze Zeit an? Ich will sie jetzt mit meinen Gefühlen. Junge, darf man nicht mal mehr gucken. Ich habe einfach nur so geguckt. Nein. Du hast mich dreimal angeguckt. Du musst mir jetzt deine Nummer geben. Du musst. Junge, nein. Ich will nichts von dir. Lass dich mal in Ruhe. Nein. Das lass dich nicht auf mir sitzen. Ich rufe jetzt die Polizei. Guck, was ich jetzt mit dir mache. Junge, was für Polizei? Was habe ich gemacht? Hast du einen an der Waffe oder was? Hallo, Polizei? Ich habe hier ein Riesenproblem. Bitte kommen Sie jetzt schnell. Nein. Du gibst mir jetzt deine Nummer. Nein, was willst du? Ey, nein. Du musst jetzt hier bleiben. Stopp, Polizei. Was ist hier los? Gibt es ein Problem, Bruder? Ja. Ja. Es ist was ganz Schlimmes passiert. Okay, okay. Beruhig dich jetzt erstmal. Erzähl uns, was passiert ist. Mann, nichts ist passiert. Ich weiß mal, warum er euch gerufen hat. Bruder. Sie hat mich dreimal angeguckt. Genau dreimal war das. Und jetzt gibt sie mir nicht ihre Nummer. Wala, du hast ihn dreimal angeguckt? Ja, aber ich habe einfach nur so geguckt. Beruhig dich, Bruder. Beruhig dich. Alles gut. Alles gut, Bruder. Beruhig dich. Du hast dein Herz gebrochen, das ist eine Straftat. Was für eine Straftat? Schrei dich. Hände hoch. Ich habe doch gar nicht geschrieben. Hände hoch. Ich will jetzt bitte eine Erklärung, warum werde ich dir so behandelt? Okay, ich kläre dich auf. Wenn du einmal guckst, heißt es ... Boah, kenn ich den? Wenn du zweimal guckst, heißt es ... Boah, der ist schon hübsch, ja? Und wenn du dreimal guckst, heißt es ... Boah, ich hoffe, der klärt mich. Und du hast dreimal geguckt, hat er gesagt. Seit wann gibt es denn so ein Gesetz? Sag mal Wala, sie hat dreimal geguckt. Wala. Sag Wala Billa. Wala Billa. Schwör auf deine Mutter. Ich schwör auf meine Mutter. Okay, ich glaub dir. Das ist Beweis genug. Damit sind sie vorläufig festgelegt. Ich glaube dir für die Scheiße, was redet ihr? Nein! Bitte aufstehen! Aufstehen! Sie entfernen sich bitte einmal vom Tatort. Was für eine Scheiße? Ich guck dir wieder jemanden an. Rede nicht! Sei leise! So, hast du festgenommen? Lass mich los! Komm, wir bringen sie. Komm, wir bringen sie. Brich nie wieder mein Herz. Oh Allah, beste Polizei hat ich. Guck nicht mehr. Ich schwöre, du gefällst mir unnormal. Oh Allah, du bist mies hübsch. Und wenn du mir jetzt deine Nummer gibst, wir lassen dich frei. Wirklich? Ja, ich schwöre. Aber bring eine Freundin mit, ja? Okay, okay. Gib mir deine Nummer. 0176. 0176. 0176. 35. Die fünf. 4 mal die neun. Bruna, wollen wir heute lieber ein saftes Ding halben Hähnchen essen oder lieber ein Dömer Teller? Nein, ich hab auch gemacht. Ja? Okay. Okay. Komm, komm. Ey, ey, ey. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Assalamu alaikum. Kennex-Polizei. Assalamu alaikum. Ja, bitte? Was hab ich gemacht? Er hat Angst. Entspann dich, mein Bruder. Allgemeine Personenkontrolle. Ähm, ähm. Ja, ja, okay. Kontrolliert mich. Alles gut. Könnt ihr machen. Komm an, dann gehen wir mal an die Wand. An die Wand. Beine bereit. Oh, hast du was gefunden? Nix. Ich auch nichts. Was ist das? Ich hab doch gesagt, ich bin sauber. Wie? Wie sauber. Hast du denn keine Waffe dabei? Messer, Schlagstoff, irgendwas? Nein, Bruder. Ich hab nichts bei mir. Ich trag sowas nicht bei mir. Wallah, dafür kriegst du jetzt eine Anzeige. Warum denn? Ich bin noch sauber. Genau das ist doch das Problem, du Idiot. Überleg doch mal. Ein K***er muss immer eine Waffe, irgendwas dabei haben. Was, wenn jemand dich abziehen will? Was machst du dann? Ja, ja, du hast recht. Ich hab gar nicht daran gedacht. Danke, Herr Officer. Nimm mal zuerst deine Antworten, bevor ich auslasse. Und hör mir zu. Wir lassen uns heute bei einer Verwarnung. Gib deine Waffe in die Land. Gib deine... Gib deine... Ja. Guck mal, heute sind wir korrekt. Wenn wir dich das letzte Mal erwischen, ohne eine Waffe, warum hat Biller gezeigt dich auch? Ja, ja, okay. Ich werde immer ab jetzt eine Waffe bei mir tragen. Sag ein, sag ein, Junge. Ich brauch ein Tränen. Du brauchst mir das anders überlegen, okay? Ja, ja, okay. Schwirken? Was für ein Typ, Jan? Oh, ich vergesse wieder. Oh, naja. Was für Polizisten. Die geben mir einfach eine Waffe. Was ist das? Okay, egal jetzt. Wo sind wir stehen geblieben? Was wollen wir denn jetzt essen? Schawarma, Dömer und eine halbe Hähnchen? Ja. Ja. Okay. Was für gut aussehen. Ich wollte null haben. Null. Nicht fünf. Null. Nicht fünf. Zehn. Bude, was für morgen? Also schneiden wir jetzt nicht neu. Nein, Bude. Ich kann nur morgen kommen. Sicher, ja? Okay, Schutpolizei. Okay, es geht um was Wichtiges. Kein Kindergarten hier, ja. Er fern dich mal bitte vom Tatort. Ja, ja, ja. Das stimmt, ja. 15 Zentimeter. Er hat direkt rausgeworfen. Ich seh doch schon von hier, dass nicht Seiten auf Null sind. Wallah, das kann gleich für dich richtig schlimme Probleme. Mann. Okay. Ja. 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 Ja, das hat nicht Sand, doch. Bruder, sie hat doch nicht greif. Sag mal Walla, sie hat dreimal geguckt. Walla. Sag Walla, Billa. Walla, Billa. Walla, Billa. Ich schwöre auch meine Mutter. Ich schwöre auch meine Mutter. Ich schwöre auch meine Mutter.